Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben gefrühstückt, gemittag essend. Ich habe bisschen Apfelschorle gemacht, mittag gegessen. Also gefrühstückt haben wir. Und ich wollte jetzt Apfelschorle machen, also ich habe Apfelschorle gemacht in der Airabflasche. Ein bisschen aufgefüllt, also ein bisschen Apfelschorle oben mit Wasser gefüllt, ein bisschen gemischt, wenn es nicht zu süß ist. Die Sofadecke kommt mal ein bisschen hier im Lüften da draußen. Guckt euch ihn an. Er ist die kleine Meerjungfrau auf unserem Donutring und unsere rote Wasserluftmatratze. Den Ring habe ich aufgeblasen vom Pool, ist wieder wie neu. Ja, ich komme rein, ihr hört es ja. Der schreit mich immer nur an. Ich muss immer sein Leibeigner sein. Das ist aber nur Spaß. Natürlich nicht. Manche Leute glauben das aber, wenn die das hören. Aber naja, ist der ja ein Problem. Dabei sind die alle ganz schlau. Alles klar.